Ich bin auch schon voll begeistert. Ja, ne? Ich fange mal an, ich fange an mit irgendein Wemix. Es gibt coole Wemix, ne? Ja, ich sollte mir auf jeden Fall eine Prision erzeugen. BAM! Endest du dich noch? Wie ist das damals noch? Wie ist das? Oh ho! Was ist das jetzt nicht nur für die Reihe? Ne, ähm, ab Remakes 7. Das sind das allgemeine Remakes. Was? Weil er sagt... ...kenn ich dir gleich. ...meh çaNover et Nicholot ...ä mortgagemata Jaaah onu b prendั muito, denrill an. ...labor. ...kenn ich dir mehr. Ich hab' die Bagger nicht mehr. Ich hab' die Bagger nicht mehr. Gut, dass du fragst, das werde ich dir gleich zeigen in dem nächsten Spiel, das ich spiele. Nachdem du gleich dran warst, dann werde ich dieses Spiel spielen und dann wird dir diese Frage beantwortet werden. Oh mein Gott! Ja, hab' ich nur noch okay geschafft. Hab' ich jetzt gar nicht mehr hin. Meine Rüstlinge, ach die Fresse. So nehme ich mich auf zum Mund, ey. Also bis Reihe 7 sind das alles neue Spiele und da ist dann auch der Remix immer nur auf die Reihe gesetzt. Aber ab Remix 8 sind diese 3 Reihen einfach nur die alten Spiele, wo es in Schwerer sind. Ach so, ja. Jetzt sehen sie die Remix ja diese 3 letzten auch. Also der Remix 10 geht sogar über alle Spiele. So egal, du bist dran. Danke. Danke. Ja. Ja. Ich guck mal, vielleicht in den leichten. 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 Oh, die F-Uhr, die ist hart. Was war das? Ja, da musst du, äh, äh, mal spiele einfach. Wenn du es herausfinden willst, spielst. Ich frage mich nicht, spielst du auch einfach. Echt mal. Also mit den Fischen machen auf keinen Fall. Ja, das ist hart. Das kennst du, das kennst du. Ja, ich weiß, das mach ich jetzt mal. Das wird ganz gut, Martin. Ja, ich finde das auch so genial. Ripper. Oh, yeah. Gott. Ja, genau so macht man den Hip-Hop. Dieses Auto. Ja. Alles. Achso. Achso, wir müssen mit ihm zusammen. Krass. Krass. Nein, 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 nein. match daisuki die wenigstens was englisch wiederfahrenden Was kommt jetzt? Der Horror. Aber nur eine Tasse, ne? Ja. Oh mein Gott, das war's. Komm schon. Du wachst es aus. Nein. Ach Mann. Wie lange geht denn das? Ja, ne? Wie ist das? Ja, ne? Stimmt, ne? So böse Kumpel, ne? Und die Angst. Was geht denn mit Fiesen-Typen? Wir haben's heute echt nur mit Fiesen-Typen zu tun? Ja, ne? Ich wette, der Rechte hat auch so Quadratschittel wie die Stepp-Typen. Ja, natürlich. Der ist doch garantiert ein verwandter Cousin von denen. Ja. Also die Lippen sind dicker, aber ähm... Ein Hip-Hop-Lipp. Weil es rassistischer ist. Ja, genau. Weil es rassistischer ist. Aber der ist doch garantiert verwandt mit denen. Aber er ist halt irgendwann in der Jugend nicht zum Steppen gegangen, sondern er ist Rapper geworden. Daizuki. 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 Das ist geil, ne? Daizuki. Daizuki. Yeah. Daizuki. 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 Ihr verwirrt mich. Nein, zurück! Und ihr guckt doch mal aus dem Böse. Das ist alles eine Sippe. Ja. Was mach ich denn? Drei Suki. Das war's schon. Und Elfchen immer wieder. Der Grund allen Übels sind die Elfchen. Ja, und die Katze im Hintergrund. Die ist der wahre Drahtzieher. Ey, das ist all about you, das hat geklappt, man. Die haben doch keine Ahnung. Ja, die haben echt keine Ahnung von Hitler. Nee, ich glaub das sind so diese Anime-Tränen. Diese unangenehmen... Weißt du, was ich meine? Nicht? Egal. Ich werd dir jetzt das Rätsel aufklären, wo sie den Ball hinwirft. Achso, genau. Pass auf. Jetzt wird das große Geheimnis gelüftet. Du, 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 du. Oder ist das nur... Nee. Ich werd's sehen. Ganz genau. Oh, was? Fight! Nein! Das ist ausgemacht. Habt ihr die Fressen? Ich kann das. Mann, mit deinem Körbchen. Das ist das toll. Das ist das. Witzig! Witzig. Die wirkt schon die Kappe. Ja. Nein! Das ist doch so spannend! Ja! Oh mein Gott! Nein! Was? Was? Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist das ganze Geheimnis. Wie sagst du die Affen? Die Affen sind überall! Das ist der Grund allen Üblings! Oh du okay! Die Affen sind es immer! Und die Katze hat oben die Fäden gehalten! Unentschieden oder? Nein! 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 Einfach nein! Ich wollte jetzt eigentlich nochmal deine Punktzahl sehen! Oh! Was wollt'n du? Wollen wir jetzt den Brunnen machen? Den Brunnen? Und dann... Achso! Multiplayer links! War das hier überhaupt? Ne wo war das denn? Ach ja richtig! Ach ja! Die hab ich ganz vergessen! Oh ja! Den Handkanten! Komm dann den machen wir auch noch gleich! Den machen wir jetzt würde ich sagen! Ich muss jetzt Handkanten verteilen! Ja! Das schaffen wir nicht! High Five! Oh! Es war zu früh! Eins! Ja! Geil! Äh... Bist du drin jetzt wieder? Ja, ne? Bist du im Spiel jetzt? In dem dann, ja! Jetzt ist es kein Problem! Ich hab mal 100! Ja! Yes! Oh! Oh! So ganz gelassen! Komm schon! Komm schon! Versuch's nur! Versuch's nur! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Nein! Nein! Ui! Klappt nur! Nein! 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 So! Ja, Kung Fu! 2 Hezi! Ohi! Das ist eine schöne Ausnummer. Ich glaub ich soll das Training eben machen! Zufig! Egal! Wir trainieren in der Realität! Ja! Na, jetzt ich hab's auch versaut Zu spät, oder? Ne, zu früh. Früh sogar? Ja, du musst immer zu früh. Wenn du irgendwas machst, dann ist es zu früh. Ah, dafür muss man halt ein Gefühl entwickeln. Das ist mein Tipp. Hey, sowas mach ich nie. Gefühle für irgendwas zu entwickeln? Kommt mir unnatürlich. Ich weiß das. Oh, komm schon Benni, streng dich an. Mach doch. Du machst zu früh, lass dir Zeit. Ich glaub nicht, dass es... Doch! 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 Ich garantiere es dir. Du hast immer zu früh. Das ist ein zweiter Vorname. Ich krieg mich alle weg. Wir können wahrscheinlich klein bisschen zu früh. Klein bisschen. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Nein, das können wir nicht machen. Ich guck dir nicht mehr an. Ich trainiere jetzt. Ich muss das jetzt mal... Ja, du kannst es auch hiertrainen. Ja, bitte. Trainiere es. Na gut, na gut. Ja. Fliegt die Kugel auf und zu. Fliegt sie mit A weg. Nein! Achso, sie wird trotzdem weggekriegt einfach. Boxt die Kugel aus der Nähe mit A weg. Nein! 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 Du bist Kappa. Ja. Ziti. Ich komm da gleich runter. Ich komm da gleich runter. Ich komm da gleich runter. So, genial. Hit-Fu. Hit-Fu. Mein Fehler. Erstmal treten. Kann mich so nicht. Doch, das kann sein. Doch, das kann sein. Doch, das kann sein. Das Spiel lügt nicht. Ich darf es einfach nicht so vorwärtig sein. Das ist kein... Nein, das ist... Jetzt. Habe ich nicht jetzt gemacht, ne? Also, nicht jetzt, sondern... Du sagst es dir. Also, bei mir kommt Feuer rot. Bei mir nicht. Wir machen das so lange, wartet bis das läuft. Warte. Kann doch nicht zu früh sein. Doch, das kann sein. Doch, das kann... Ich glaub da hat wieder so'n Äffchen. So'n Hinn im Spiel. Jetzt. Eins, zwei, drei. Jetzt hab ich's auch falsch gemacht. Eins, zwei, drei. Oh! Was? Eins, zwei, drei. Yeah! Oh! Gibt's nicht! Eins, zwei, drei. Nein! Ach, man muss es zweimal schaffen? Um einmal die... Ach! Hör mir doch auf! Das war zu früh, glaub ich. Ja. Ja. Die allen anderen wird schmaler auch. Eins, zwei, drei. Oh, der war perfekt. Nein! Wieso? Aber wir haben die Zeit einem runterbekommen. Ja! Gell! Eins, zwei, drei. Wie oft der sich wiederholt. Eins, zwei, drei. Ich versteh's. Ich versteh's nicht. Das liegt auf die Augen. Hier fällt ja nicht alles. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die Lernkuppe ist sehr steil. Ja. Und zwar nach unten. Eins, zwei, drei. Wie viel lehnt man mir... 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 Zwei, zwei, drei. Uh, das ist einfach weggeflogen. Die neue Sonne. Ja. Ja, dann bist du übergeben... Ja, halt die Fresse. Ja, halt die Fresse. Ich krieg keinen Sarkasmus, wenn ich ihn höre. Oh Mann, was? Wir müssen irgendwas machen mit Spike und Paul. Oh Gott. Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir noch nie im richtigen Spiegelschaft. Ja. So weit zu kommen. Ja, das heißt, wir haben nie das Training gemacht. Ja. Ach, ich mach's zu spät, glaub ich. WILGER BUSCH! Dann hier lieg's nicht. Ja, ich mach's. Liegt eh nie gut. Shit, ich schaff's nicht. Du musst dir nur noch durchlesen, was da stand. Ja, der sagt's ja im Grunde. Oh! Ich muss es später machen. Was? Was? dann musst du den ja wenn er mit lichtgeschwindigkeit ankommen muss im exakt richtigen moment das ist aber ich glaube ja du musst es aber später machen als glaubst hier kann ich dir sagen so wie immer ich muss jetzt sofort das problem ist dass wir kommen ja das feuer ist das ist echt hart also für dich natürlich für mich das war dein einsatz das war dein einsatz mann nein Danny Danny versammus nicht nein 15 15 da ist noch luft nach oben ich glaube bei unseren ersten versuch hatten wir wenige 0 für mich also wird jetzt weiter rekord ich hab kein Bock auf das spiel das ist auch ja eine runde eine runde muss man vielleicht zwei kein training das brauchen wir nicht ne wir sind gut es kommt schon ein schweinchen hier ist es sicher ja ich glaube das ist ein sicheres Boot wir bringen euch sicher als andere Rufe ja passt auf das deck ist rutschig das ist gar nicht möglich das ist gar nicht möglich das ist ein blödes spiel ich glaube ich spiele das letzte nochmal weißt du noch wie das geht mit dem backsenior genau oh Gott nein oh Gott nein warum sieht nicht so schön die Seite das irritiert mich mal das erotische Stimmen was? ah wir dürfen nur drei Fehler machen wie viele Fehler hast du gemacht? ich gar keine was? kein einziges ich glaube dir nicht kann ich auch rein zu spülen? was flirft? ich hab viele gemacht bitte hast du mich nicht dafür Das war ich. Ja, ich hab auch. 100, neuer Rekord. Geil. Dreistellig. Das können wir. Das soll ich ab sofort immer spielen. Ach, siehst du hier, ich muss... Willst du mich wählen? Das bin ich. Achso, das bist du, okay. Jetzt bin ich hier irgendwie... Irgendein Typ. Ne? Ja. 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 Ich hab's noch auf mein Gesicht, das zu sehen. Das interessiert auch keinen. Oh. Ja. Einmal noch Handkantenkontor. Obwohl, das war gerade schon ein ziemlicher Erfolg. Ich würde es so kommen, eine Folge gut beenden. Du meinst, dass wir nicht am Ende noch irgendwie schlecht darstellen? Ne, genau. Oder noch eins, zwei Spiele spielen? Ne. Ne, einfach ne. Das ist ne. Ja, wir beenden das jetzt. Das ist echt. Ja. Stinkefinger-Gendendorf.